hallo herzlich willkommen hallo zur neuen folge von let's play hertha bsc ja heute spielen wir zu hause gegen hamburg wir haben was gut zu machen gegen hamburg ja auf jeden fall aber wir haben ja jetzt zwei neue super spieler hasard und trimmitsch und ich hoffe das wird unser schiedsrichter schön lebe ja gut 15 30 heiter olympiastadion alles gesagt los jetzt so los geht's hier bei strahlendem sonnenschein ja ich freue mich so ich freue mich so ein stimmung ist wieder prächtig die ostkurve lebt und feiert erster heimsieg im ersten spiel da freuen sie sich drauf mal sehen wer bei hamburg jetzt dabei ist und spielt westermann ist immer noch dabei ich dachte er ist in rente langsam ein adler auch noch ja ja wir haben natürlich wieder unsere supermannschaft hier und jetzt kommt hamburg akuma von der fahrt das ist von der fahrt ja lebt auch noch eine ganz schöne alte mannschaft luis adriano im sturm okay den gibt es also auch noch auch extert haben wir natürlich soja los geht's jetzt hier auf geht's hertha ecke ne scheiße ja jetzt ja ich merke schon du hast den trick raus schiedsrichter schiedsrichter macht die tomaten von den augen bitte das ist eine rote nimm doch mal die pommes aus den rohren ach der checker ihrer check der checker der ist voll hässlich war nicht so gemeint warte mal krieg ich einen anderen ich krieg den ja oh ja oh ja oh ja oh ja der ist zwei köpfe größer nein schade aber ecke der war zwei köpfe größer dass er den kopfball nicht gemacht hat ey so jetzt aber gehen wir ein bisschen weiter nach links ja ein bisschen nach links ja genau so äh ok die ecke wollte ich eigentlich nicht so nach da hinten spielen war ein bisschen übermotiviert glaube ich gerade war schade jetzt okay das beste was passieren konnte oder in der situation nein was war hä 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 also voll der gief hier rein nein 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 ich wollte das wirklich nicht ja das hört sich auch ein bisschen komisch an glaube ich gerade ja 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 klar die kommen einmal vorstor und schießen welchen vor ist es ist klar ne ich hab's kommen sehen ganz ehrlich ich hasse es auch wenn die mal so rum eiern ganz ehrlich ja ja genau ja genau Nicolai Müller als ob er hier ach man ey Messi persönlich man man sorry man ey das zieht einen schon wieder voll runter nein weiter jetzt hier halt die kuschel halt die kuschel weiter hier nein kann ich nicht ich muss mich aufregen nein muss man nicht doch sonst tut es meiner seele nicht gut ach doch ist so ich hab doch gedrückt oh nein und dann sowas und zwisch ups verarscht bitte ja nochmal ach egal man ey die kommen an alle Bälle ey ja supermänner ich schwör's dir sehr schön jetzt 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 hasa hasa na das gibt's nicht das gibt's nicht das gibt's einfach nicht der Mann auf 10 Meter weit weg ging dieser ich hasse Westermann ich hasse ihn ganz ehrlich ey das ist hasa der muss ihn nass machen ey ey Schiedsrichter es war ein fauliespiel ach egal komm weiter 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 ich reg mich nicht auf nein ich reg mich nicht auf ok wir lassen nicht mehr hasa die Ecken schießen ja genau wie kommt der an den Balle ganz ehrlich supermann oh nein ach manu das kann nicht wahr sein oder bitte bitte ah was mach ich denn da ich hab den den Stick nur ganz leicht angetippt und der macht erstmal einen riesen Haken drum ach nein ach nein ach nein also ganz ehrlich ganz ehrlich ich wusste dass die so spielen kam trotzdem nicht ran die ok ähm ganz ehrlich wir gehen wir gehen Risiko ja das hasse ich egal ist halt äh ja klar alles gut alles gut äh wie kommt der denn da noch zur Flanke ganz ehrlich komm ich helf dir 23 24 25 26 ich komme nicht runter verdammt für sagt man nach hinten wie lange braucht so auch mit einem rechten verteidigen ja er ist auch noch nicht so der beste brauche ich mal für platz das gibt es doch nicht warte mal ganz kurz nimm mal ein anderes Spiel geht es? geh mal weiter rechts ja genau so man wollte mich alle vereiern oder was? links links rechts es gibt es doch nicht natürlich nicht ich hab ihn noch extra angeschossen ey wohin passen die denn? ey hab sie jetzt oder? ey na bitte ich bin wieder mit ooooh wieso macht der denn da? hat da keinen Sinn alter verletzt ey nein das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein okay er ist nicht verletzt aber doch er ist verletzt verdammt scharlatane scharlatane ey ein sicheres tor er foult mich jetzt 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 das kipps doch nicht ey 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 was für ein beschissenes spielschirmia ey 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 Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich wollte gerade sagen. Geh außen, außen, außen. Genau. Och, Manu, ey. Unser. Verzweifeln. Bitte. Das war unfaul, Alter. Oh, warum kriegt der den nicht? Ey, läuft doch weiter. Ups, nein, war nix. Oh. Ey, das kann nicht wahr sein, ey. Ja, neunze ist er noch mal verloren. Okay, unser. Ja, noch haben einen Chance. Fremd los. Fremd los. Fremd los. Ja. Ja. Ey, ich hab das wieder anders gesehen, aber na gut. War wohl nicht verdient. Krasse Scheiße, ey. Ja, ein Punkt aus zwei Spielen. Ja, wer will den Langkamp? Den können wir nicht wegnehmen, ne? Das geht nicht. Doch, dann machen wir den auf der Transferliste. Ich glaube nicht. Ja, keine Ahnung. Wir haben noch Hegler und Alagoui zu verkaufen und verleihen einer. Achso. Ne, stimmt. Also, Langkamp, äh, nicht. Hä? 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 Du hast gesagt, der ist gut. Ist er ja auch. Okay, ich vertraue dir da jetzt. Und der ist flinkst. Der ist schnell, hat gute Abdeckung. Okay, Pickerick ist wieder fast dabei. Ja, wissen wir. Das letzte Spiel war richtig scheiße. Fünf Tage, ist okay. Johann Korb, 6,5. Ja. Okay, Schemmerz das mal jetzt. Ich vertraue dir. Und mache noch kein Angebot für ihn. Wenn du sagst, der ist gut, dann ist der gut. Ist der über 60? Ja. Okay, dann ist okay. 5.000, 4 Jahre, keine Ahnung. Künftiger Stammspieler? Dann machen wir mal Rotationsspieler. Mal sehen. Jetzt bin ich echt gespannt, Edda. Jetzt möchte ich wissen, was der drauf hat, Edda. Komm bitte noch vor dem Spiel. Ja, 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 du bleibst. Auswärtsspiel. Jo, ähm, die Frage, was dieser 90.000 Euro teure Mann wert ist, bei die teure, beantworten wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschö mit ö. Tschö. Tschö. Tschö mit wohl. Tschö.